Powered by Unity Personalitischen Da sind wir mal wieder bei einer weiteren lusteren Runde Luna testet Indie-Horror-Quatsch Für sich und euch Und das Spiel heißt Choke Ich nüsse aber gerne mal Choke Okay, wir sind in einem Raum mit Türen Das ist schön Not yet Ach, die Maus, denn sie ist zum Kotzen, ey Follow your inner voice Ja, will ich ja, ich will die Tür aufmachen Meine andere Stimme sagt, guck erstmal in alle Türen Du Arschbackenkrebs, ey No turning back, no, ja dann geh ich halt gerade raus, ist mir auch egal Da choken wir mal The exit's so close Ja, schön Here it comes Oder auch nicht Willst du mich veräppeln spielen? Soll ich jetzt einfach nur geraden Gang lang latschen? Are you gonna scream? Nicht wirklich Ah, ich screame Ist ja gruselig Wie kommt der? Ich geh erstmal hier rein So Ein Bild von einem untoten Reiter Ansonsten ziemlich hässlicher Schwulenpuff hier drin Gehen wir mal woanders hin Oh, wir sind wieder hier Oh, wir sind wieder hier Was sagt der? Yes, it's exactly what you think it is Ich bin eingesperrt You can't escape Love Oh Schön Hier geht's hoch So what now? Pathetic Hm Hm Ich hab Spaß Ist das gut das Spiel? Ich glaube es auch Yes, ich weiß Ja, kann ich mir vorstellen, dass du es weißt, ey Schau deep into the eyes of death Schau deep into the eyes of death Schöne Bilder Schöne Bilder Schöne Bilder Ich sag ja, er ist ein schwulenpuff Ganz eindeutig Alter, ist ein Ditte Na dann Gucken wir uns hier einfach mal um Und gehen einfach geradeaus weiter Ach, das war der eigentliche Oh Mann, da steht jetzt was auf einmal Yes, hier Now Oh, auf dem Boden, bitte At a window A man stares Wo denn? Ich seh keinen Na dann Starr mal Guck ruhig zu beim schwulenpuff Ich mach nicht mit Bin leider hetero Oh, die nächste so geht auf Ist ja spannend Should you just end it? Maybe later Jack Slater Ah Esti spannend Ey Ja 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 Siehe, er er gibt mir sogar recht Das spiel so spannend ist, wie knass Oh das Bild war vorher noch nicht da oder? Darf ich mich nur geirrt Behind you Oh, was ist das denn? Rocking Und headless man sing all this song in the air tゃte like Asche Ahhh Und ho employee lost Yeah Again Well blablabla, schnubbelig. Pounding never stops, maybe a little longer. Snap out of it. Breathe, oder breath. Breathe. Atme, atme. Jürgen, atme. Oh, wir können jetzt zum Hauptausgang. Weißt du was? Scheiß drauf, ich geh jetzt hier lang. Come on. Ich verarsch dich, ich spiel. Like you're falling over. Schnell, der Hack. Blablabla, schnubbelig. Snap out. Schnee, die Hack. Okay. Kann ich noch mal verarschen? And again. Ja, ich verarsch dich jetzt. Ich geh nicht den Weg unten lang. Es tut mir leid, spiel. Looping again. Ja, natürlich müssen wir loopen. Hallo? Lass mich einfach durch, komm. Mach die Tür zu. Ich will dich austricksen, spiel. Oder das spiel trickst mich aus, weil es weiß, dass ich so reagiere. Ich glaube, jetzt wiederholt sich's nur noch. Ich glaube, ab jetzt wiederholt sich's nur noch. Ja. Weißt du was, spiel? Ist mir egal. Ich geh jetzt den Hauptweg runter, den du mir vorgeschlagen hast. Da hab ich Bock drauf. Bis zum nächsten Mal. Ja, bist du nicht... Äh. 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 Ernsthaft? Was? Das ist ein Horrorspiel? öll? Ja, lol. Untertitelung des ZDF, 2020